Moinsen Leute! Ja, ein neues Video ist am Start und what the fuck, ein anderes Spiel tatsächlich und es ist Surgeon Simulator. Ja, ich hab's mir im Steam Summercell geholt. Es ist so ein richtig behindertes Spiel und ja, mal gucken, was wir dem coolen Typen hier, der heißt Bob, mal antun können. Ich hab das erste Level schon mal gespielt, ich mach das jetzt nur nochmal, damit wir ein bisschen gucken, dass wir das hier besser hinbekommen. Ähm, Blutwerte, okay, ähm, jetzt ist die Frage, wie wir das hier machen. Wir müssen erstmal diesen Gerippe daraus bekommen. Ich hab ein paar Videos dazu gesehen und, ähm, es war auch schon mal hoch im Spiel und so das Spiel und, äh, es war hoch im Spiel, das Spiel, äh, auf jeden Fall, ähm, hab ich schon viele davon gehört. Was ist jetzt mal geholt jetzt und eben das erste Spiel gemacht und da haben wir den Rest ab, äh, alter, okay, what the fuck, was mit dem Typen los? Ah, oh, die Toilette schon, nein, okay, wir müssen, glaube ich, ein bisschen rumhacken hier, das geht ja so nicht. Komm mit, mach dich mal mit, fällig da. So, heute Abend spielt übrigens Deutschland, Montag sollte. Und jetzt, mal gucken. Nein, 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 kann man das auch irgendwie ausmachen? Storben muss bricht behindert, also man kann jeden einzelnen Finger mit einer Taste bewegen und dann noch mit linke Maustür so runter und so halt, bisschen komisch. Äh, jetzt. Oh, 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 fuck. Ja, ah, fuck man. Okay, 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 das sieht schon mal besser aus. Ich habe mir sagen, lass es mal mit der blauen Spritze, die hier irgendwo, so wie soll die Dauer, oh. Lass man damit? Äh, so die Grüne, nein. und die grüne irgendwann machen die grüne da stoppt der blutverlust sieht ihr das ist perfekt der weg da müssen wir jetzt irgendwie mal gucken man ist hat da die lunge hier was wir wieder rausbekommen ist auf jeden fall sehr detailgetreu gemacht schlag ich glaube der findet das geil ich glaube das gerne dieses ding da nervt da hinten dass das komische bohrer ding du bist du schon er kommt packen packen der sägeblatt ja anscheinend kann ich das nicht nehmen weil das spiel da aufhört läuft und nein nein wir haben noch nicht alles fähig okay dann muss wohl was anderes her jetzt müssen wir nämlich das herz irgendwie rausbekommen ich möchte drauf das ist ja für ein mega hammer oder dran halten und ist fertig oder wie was ist das für ein cheater hammer guck dich das an die spitze die ist instant macht die das dann kaputt so pass auf wir brauchen die grüne spitze noch mal grüne spritze geile so weg oder immer die reine in your face perfekt das sieht doch schon gut aus kann ich jetzt wieder die andere lunge rausnehmen wenn das überhaupt die nume ist und die wackelt schon die wackelt schon die die ist schon nicht mehr fest der leute das sieht gut aus du bekommst jetzt ins gesicht sie fällt runter natürlich aber wo ist unsere decke ich müsste noch zu decken wo sie dicke und sagt nein hat man diese steuerung das geht gar nicht klar und so muss auf herzen hier ausnehmen auch erst muss man die dieses komische ekelhafte ding da weg nur müssen besser machen erst mal die faust machen die faust ist immer gut warte ist das schon perfekt wir haben besser nein 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 alles gut alles gut wir haben fast abgeschnitten mann wir sind so richtig die bosse und die bosse wo noch irgendwas abschneiden ich habe da mal ein bisschen drin rum aua wenn man juckt in allem hat oder wie alles gut alte tu das scheiß ding da weg ah fuck ich doch oh nein er blutet nein 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 die spritze die spritze die spritze weg mit dir scheiß Säge ich brauche dich nicht ich brauche die spritze nein hole dich den stinkerfinger mann alles so was ist denn mit meiner hand los die leute aua ich bin auf lsd was ist das jungen sind hilfe okay ja nicht so gesund aus was ist das hilfe mann wie wie geht das weg okay wir müssen also unter erschwerten bedingungen weiter arbeiten kommen rein damit müssen irgendwas absägen hier da oben kommt da ist doch bestimmt was falsch da kommen jetzt irgendwie da rein ich weiß nicht ich weiß es nämlich nicht alter vater kann man es herzlich irgendwie einfach da rein werfen rum rum wann ist das warum kann ich nicht draufklicken erstmal nachgucken was das ist rum rum erschaffe einen time lord was ist denn ein time lord komm zählt doch oder 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 ne ich glaube wir legen nicht nochmal wieder zurück hier oder sollen wir nochmal die spritze gönnen vielleicht ist ja dieses standardmäßige einfach nochmal reinstechen im prinzip ganz gut okay wir haben nochmal reingestochen und es wird nur schlimmer in der face in der face äh 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 ist gut bei dir äh habt ihr es gerade gesehen wir müssen nicht ein bisschen streicheln jungen dieser sound mann der geht mir so offen sagt was ist das bitte okay 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 komm wir haben wir haben irgendwas was ist das was wir haben ok nicht das richtige Junge alter vater warum kriegt das denn nicht hin ich bin echt behindert äh joo sag mal wie lange braucht das dieses lsd zeug noch die drogen totesjahr tausends mann äh 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 was wird das hier und ich sehe alles drei doppel und dreifach mann muss jetzt so ne 4d brille aufziehen glaube ich äh 4d brille man mich behindert ne 3d brille dann sehe ich wieder richtig könnte es sogar gut sein glaube ich ok leute ich muss dich erstmal beruhigen leute mann alter vater so du geile hand wo ist denn unsere andere spritze gefallen wie geht das kann man das mit dem vielleicht ausmachen wie nicht da unten irgendwo ich glaube wir sind neu starten leute mal ist das behindert weg mit dir du scheiße watte stäbchen komm dann töten wir uns selber können wir dann selber töten ne dann töten wir den typen jetzt dann hab ich jetzt keinen Bock drauf komm hammer ich erledige ihn ach fuck man warum macht der denn eh mal den stinkerfingermann ist ja nicht ok ich muss dieses spiel noch lernen glaube ich oh wie gesagt ich bin im neuling in dem Krankenhausgebiet hier oh mein gott ok 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 wir erstechen ihn ok sag mal ja ich hab wieder ein stinkefinger gerade sag mal bist du eigentlich behindert so perfekt go 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 aah aah lol 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 da ist was abgegangen lol pass auf komm gut ok 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 ich hab da gerade irgendwas abgehen sehen lol guck mal da ist nur noch das Herz drin ich bin jetzt jetzt irgendwie raus nein da hängt ein Skalpell drin da hängen zwei Skalpelle drin das darf nicht sein das ist ja hier Pfusch ist das hier reicht das wenn wir einfach das Herz jetzt da reinlegen sieht nicht so aus warte aber jetzt müssen wir doch theoretischerweise eigentlich nur das andere Herz noch ablösen oder segel go 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 jetzt bin ich motiviert schnitzel schnitzel oh 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 das Herz ist ab komm jetzt go 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 Ja Ho geil ho ho LOL Ich finde das sieht gut aus Ich glaub nicht Mein Gott, Alter Wir haben bestimmt drei Skalpelle in dem Typ liegen lassen, Mann Okay, Leute Ich bedanke mich bei jedem fürs Zuschauen, Leute War echt ne witzige Runde Zu bewerten und so, nicht vergessen, ne Wisst ihr schon, sag ich eigentlich nie Aber haut rein, Leute Wir sehen uns Tschüss Tschüss